Neu eingetroffene Leben steht hinter mir. Ein sehr schöner Mercedes C 220er Diesel Limousine aus Erstzulassung 2014. Das Fahrzeug hat 120.000 Euro gelaufen, ist aus zweiter Hand. Deutsche Erstauslieferung mit 170 PS in der Farbe wirklich sehr sehr pflegeleicht, auch zum Toppreis, da fehlt ein paar Ausstattungen, aber dafür ist der Wagen vom Preis her nicht zu toppen. Komm, guck uns das Fahrzeug einmal im Detail an. Wir haben Parksensoren vorne, 17 Zoll Leichtmetallfelgen, Schiebedach, Sitzheizung, elektrische Sitzbestellung in der Höhe, viermal elektrische Fensterheber, Außenspiegel sind elektrisch einklappbar, Sechsgang Schaltgetriebe. Er widerspiegelt definitiv seine Laufleistung, ist ein sehr sehr sparsames Fahrzeug, verbraucht im kombinierten Zustand circa fünf Liter, wirklich sehr sehr sparsam. Tempomat haben wir, Nichtraucherfahrzeug, es waren auch keine Haustiere drin. Ja, ich würde sagen Golf oder die C-Klasse, ich würde eher sagen die C-Klasse. Aber findest du aber nicht, dass er etwas wenig Ausstattung hat? Du hast recht, Schalter, kein Navi, hat auch kein Bohrmester, kein Bohrmester, aber dafür hat er Sitzheizung, Schiebedach, Parksensoren und wenn man das mit einem Golf vergleicht, ist der Wagen den Preis, den wir jetzt anbieten werden, nicht zu toppeln. Du kannst das Fahrzeug bei uns heute für 17.950 Euro kaufen. 120.000 gelaufen aus zweiter Hand, deutsche Erstauslieferung. Ich denke, es wird ein Kunde vorbeikommen, der so einen Wagen sucht und der wird damit bestimmt glücklich sein. Falls ich dein Interesse geweckt habe, du auf der Suche nach einem Fahrzeug bist, dann kannst du uns gerne kontaktieren. In dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Sonntag und wir sehen uns am Montag. Ciao, ciao.